Also ich bin Tore Heinecke, ich bin Steven Bertzen und wir sind Fachkräfte für Rohr, Kanal und Industrie Service. Wir arbeiten bei der ASG, Abwasserentsorgungs- als Gitter GmbH. Zu unseren Aufgaben gehört unter anderem die Kanalreinigung, Kanalinstandhaltung, Regenrückhaltebecken kontrollieren, Rebenkontrolle und Pumpwerke warten, reparieren. Der Job ist nicht mehr so schmutzig wie früher, also dass man halt in den Kanal klettern musste, sondern wir arbeiten jetzt überirdisch, dass wir quasi mit unserem großen Fahrzeug an den Kanälen ranfahren und dann halt anfangen mit spülen, reinigen, absaugen, aufbereiten, alles was so anfällt. Wenn man bei uns mitarbeiten möchte, dann müsste man Teamplayer sein, also teamfähig sein. Auf jeden Fall Aufmerksamkeit ist auch wichtig wegen der Sicherheit, ein bisschen belastbar. Ich würde sagen, es ist ein vielseitiger Beruf, man erlebt jeden Tag was anderes. Unsere Arbeitszeiten sind als Gleitzeit geregelt und das ist halt praktisch, man kann viel besser planen. Hobbys kommen dabei auch nicht zu kurz, man kann halt viele Unternehmen noch. In der Berufsschule ist viel Chemie. Es gibt noch Maschinengerätetechnik, wie man die Maschinen bedient, Verfahrenstechnik. Unser Team, das ist richtig motiviert, es sind viele Leute dabei, viele unterschiedliche auch, aber irgendwie kommen wir immer alle zusammen und zum Schluss wird halt auch immer gern mal gelacht und dann wird es erzählt. Macht halt Spaß mit den Jungs. Macht euch die Arbeit Spaß? Nee, helft uns bitte, wir sind gefangen. Ja, wir sind gefangen. Ja, wir sind gefangen.